Einen schönen Sonntagnachmittag und herzlich willkommen hier bei wetter.net. In den letzten Tagen hatten wir schon vermehrt Hochdruckwetterlagen gehabt und dabei gab es ja oft sehr trüben, dichten Nebel in den Niederungen. Aber auf den Bergen in den Hochlagen, da gab es besten Sonnenschein, wie zum Beispiel auch hier auf dem Feldberg im Taunus. Vielen Dank an Martin Schmidt für dieses Foto. Hier kann man wunderbar sehen, wie unten in den Ebenen diese dichte Nebeldecke liegt. Hier noch ein weiteres Foto und dann, wenn man sich in die Gebirge, in die Höhen hinausgegibt, da hat man dann besten Blick auf diese dichte Hochnebeldecke. Und dazu kann man auch noch den Sonnenschein genießen. Da sind die gefühlten Temperaturen nochmal deutlich höher als unten im dichten Nebel. Das ist eine ausgeprägte Inversion mit kühleren Temperaturen im Tal und hier in der Höhe ist es dann meistens milder. Ja und ähnlich geht es mit dem Wetter auch in der neuen Woche weiter. Wir haben eine ausgeprägte Hochdruckbrücke von Osteuropa hier über Deutschland bis auf die Azoren und das Ganze bei einer schwachen südöstlichen Windströmung. Ja und zu dieser Jahreszeit sorgt diese Wetterlage meistens dafür, dass wir dichten Hochnebel haben und nur selten die Sonne zum Vorschein kommt. Das Ganze sehen wir auch bei der Wetterkarte für morgen, dem Montag. Verbreitet ist es dicht, hochnebelartig bedeckt. Das Ganze bei Temperaturen knapp unter 10 Grad. Aber hier im Südosten, da sehen wir jetzt doch einige Sonnenschein-Symbole. Und das liegt einfach daran, dass wir hier wegen der südöstlichen Strömung leichte Lehe- oder auch Föhneffekte an den Mittelgebirgen haben. Besonders hier im Erzgebirge, am Bayerischen Wald und natürlich an den Alpen. Und das sorgt dann dafür, dass sich hier der Nebel auflöst und man hier besten Sonnenschein genießen kann. Mithilfe der Föhneffekte am Alpenrand auch nochmal bis zu 14 Grad. Das Ganze wird also auch noch sehr mild sein. In den Folgetagen ändert sich daran auch eher wenig. Meistens ist es dicht bedeckt. Nur am Dienstag im Nordosten etwas größere Wolkenlücken möglich. Und generell auf den Gipfeln der Mittelgebirge, wie zum Beispiel im Schwarzwald, dem Bayerischen Wald, dem Brocken oder auch in den Alpen generell. Nur hier gibt es noch Chancen auf Sonnenschein. Ansonsten bleiben wir eher in dieser dichten, hochnebelartigen Wolkendecke drin. Am Mittwoch nähert sich dann aus Nordwesten ein schwacher Tiefausläufer. Der bringt besonders im Ostsee- und Küstenumfeld leichten Nieselregen. Ansonsten bleibt es bedeckt und teils neblig. Am Donnerstag kann sich dann aus Südwesten dann doch eher mal die Sonne durchsetzen. Dazu bleibt es dann auch trocken. Nur im Nordosten, da bleiben wir weiter von diesen Tiefausläufern betroffen. Hier kann es dann immer wieder mal nass werden. Das Ganze bei Temperaturen von immerhin bis zu 12 Grad. Und zu guter Letzt noch einen Blick hier in unsere Facebook-Community-Gruppe. Vielen Dank an Herrn Metzmacher für dieses tolle Sonnenaufgangsfoto aus der Sächsischen Schweiz. Hier mit diesem schönen Blick auf die Elbe. Ja und damit wünsche ich euch einen angenehmen Start in die neue Woche.